Keine Ahnung, ob es jetzt ein Manual ist oder sonst irgendwas. Was war das? Achso, das ist der Cartwheel, okay. Nein, das ist keiner, okay. Achso, okay. Gut. Okay, das war jetzt einfach irgendwie nur so ein Hand... äh, so ein... ah, wie heißt das? Radschlagen. Gut, das letzte ist wahrscheinlich ein Lip-Tweak, geh ich mal von aus. Ey, Mädchen, mach das, was ich ihr sage. Wow, 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 sie tut nicht das, was ich ihr sage. Finde ich nicht schön. Okay, da kann man auf jeden Fall Lip-Tweak dran machen. Man, der will aber nicht so gerne, also eher vor allem. Hallo, verdammt nochmal, tu doch einfach das, was ich dir sage. Weil das ist auf keinen Fall Manual. In Guine ist es, so wie es aussieht, auch nicht. Okay, das war der Judo Madonna. Ah, alles klar. Ich weiß bescheid, jetzt müssen wir noch die Pore-Challenge finden. Ich fahr einfach mal nach oben, oben ist immer gut. Ah! Zurück sind hier relativ aufträglich die Pore-Challenges. Also die Zeichen. Also orange und so. Und spring! Was ist jetzt hier kaputt? Mein, mein Gott, ich kotze gleich, glaube ich, ey. So, gut, dann schauen wir nochmal nach. Ob wir hier vielleicht, da hinten... Ah, da! Atiba, du schon wieder. Kannst du mit den Jungs mithalten? Elisdas Super-Gaps. Ähm, Elisdas Ziel ist leicht. Ähm, Skate in lange oder längere, ja, ähm, Geländer. Größere, ähm, Stufen und mehr oder massivere Gaps als jede andere. Ähm, nicht verwunderlich, dass sie als der beste weibliche Streetskater der Welt bezeichnet wird. Ähm, du bist ein großer Skater, period. Ja, sie möchte ein großer Skater werden. Ist sie doch schon. Ja, ich weiß, dass du alle über groß werden, diese Tage. Lass uns ein paar Fotos von dir auf einigen dieser großen Gaps, okay? Jetzt, yo, der Ron ist ziemlich schrecklich. Also schau die Räume und Räume, um dir zu helfen. Okay, einfach nur Gaps machen, oder wie? Gap from the Guards Walk Ramp to the Planks on the Yard Stairs, was? Hä? Wo? Was? Ja, meinetwegen. Dann sag mir auch bitte, wo ich hin muss. Hier ist mal, glaub ich, falsch. Hä? Hä? Wieder falscher Weg, oder was? Hä? Ich spal hier überhaupt gar nicht so. Auch hier falsch? Hä? Wo muss ich denn hin, oh Gott? Ich verstehe es echt nicht. Hä? Ich verstehe es echt nicht. War es jetzt gut, oder war es schlecht? Ich... Von the Guards Walk Ramp to the Planks on the Yard Stairs. Ich... Ich weiß mal, was der meint, aber ich weiß nicht, wo er... Also ich weiß nicht, was er meint. Ich weiß, was es heißt, aber... Ja, es ist... Oh... Okay, das wird lustig. Ich verstehe das nicht. Was willst du denn von mir? Kann ich hier nicht mal irgendwie so... Zeichen haben von wegen, ab hier musst du abspringen? Ey, ich... Boah, ist das die erste Gap? Herrgott. The Planks on the Yard Stairs. Der sieht für mich nach dem Weg aus, den der meint hier. Von wegen. Ne, Gap von da aus. Aber wo... Wo sind denn hier Stufen? Massive Crumbling Stairs Set. Okay, das hat sich doch schon mal ganz gut angehört. Gut, dann... Dann versuchen wir mal ein bisschen Anlauf zu holen. Huch. Ach... Mädchen ey, du machst mich fertig. Äh... Ach man ey, das wird ja lustig. Ich... So... Wahrscheinlich meint der genau... Weh, du spawnst mich da weg. Der meint der genau das hier. Uiuiuiui. Warum nicht? Mann! Fick dich! Fick dich! Alter! Was willst du von mir? Ey, ich verstehe das echt nicht. Wirklich nicht. Buh! 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 Ich verstehe das nicht. Buh! 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 Oder mach ich da grad... Ich weiß, ich mach definitiv irgendwas falsch, aber... Wisst ihr was? Buh! Buh! Ich peile das nicht! Buh! 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 Noch rum! Das war doch top! Das ist doch so... so... so ein... so ein... Kack Gable oder was! Here from the guards. Walk Wham. Das ist für mich die guards. Walk Wham! Weil da jemand rumläuft! Oder nicht! Gut! Finde ich gut. Schiet dir recht! Momentan, Mann, oh. Okay, gut. Do the gap again, only do this, triple impossible. Okay, ganz versuchen. Achso, da, okay. Jetzt hab ich auch mal den Guard gesehen und, ne? Und jetzt, weil ich das Holz nicht berührt hab, oder was? Leck mich doch. Ups, war keine Absicht, komm. Jetzt wissen wir aber Bescheid. Ja, so aber nicht, Dennis, so nicht. Und, fupp, sehr gut. Guards walk two-step plans, bla. Ups, das war, ich hab einfach zu oft nach oben gedrückt. So, okay. Mit dem Boneless ist das auf jeden Fall besser. So, jetzt hab ich das. Also, es ist schwierig zu teilen, grad mit dem Boneless und so. Irgendwie springt ja auch so ein bisschen behindert. Jetzt hab ich, warum hab ich jetzt grad gebremst? Ist mich eigentlich doof, oder so? Jetzt hab ich's geschafft. Sehr gut. Spreng mir leider jetzt auch nicht viel, weil ich das jetzt schaffen muss. Was machst du denn? So. Oh, mein Gott, war es knapp. Gap down this massive stairs and bla bla. Was machst du denn? Gelesen, während ich nicht geguckt habe, wo ich jetzt grad hinfahre. Ah, ich muss auf dieser Treppe landen. Ja. Bam, sehr gut. Airwalk two double heel flip, okay. Hallo. Hallo. Wie soll ich das denn so schnell machen? Bitte schön. Gut. Oh, mein Gott. Das ist eine richtig harte Boat-Challenge. Geht doch nicht damit gerecht, dass die hier zu hart wird. Ah. Ich schaff das nicht mal zu weit zu springen. Ich sollte erst mal irgendwie mein Special... Hab ich ja aufgeführt, okay. Nein. Okay. Ich probiere Judo Moderna. Fuck you. Okay, ich hoffe mal, das war's gleich. So. Immer noch kein Special voll. Was? So, jetzt aber. Ich will ja den hier benutzen. Zack, zack. Jawohl, sehr gut. Gap from the switchbacks down to the drainage pipe. Ah, okay, da ist die Rampe. Das heißt, springen muss ich da. Yay! Hat nicht ganz geklappt, okay, geb ich zu. Na, super. Ich hab nicht mehr viel Zeit, Junge. Oder Frau, oder was auch immer. Ja, danke, dass du mich endlich mal gespawnt hast. Jetzt aber. Immer noch nicht. Bis wohin? Bis ganz nach unten, oder was? Okay, hier ist auf jeden Fall ne Führungsschiene wieder. Ja, jetzt hab ich's geschafft. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Yes! Mein Gott, war das knapp. Aber egal, ich hab's geschafft. Und jetzt genieß Lizas Video. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich denke mal, ich werde jetzt mal kurz speichern, weil, äh, ne, habt ihr gesehen, hat ein bisschen gefehlt, die Sequenz. Vielleicht mag man den Playstation einfach die Alistair Steamer nicht. Safe Game, bla bla. Komm hier, genau. 83% bla bla war der letzte Spielstand. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr, weil wir jetzt einige Pro Challenges erfüllt haben. Oder auch schon ein bisschen Kohle gescheffelt haben. Das ist natürlich sehr schön zu sehen. Change the Skater, yes. Ich fände ganz cool, wenn es hier so viel Geld gäbe, dass man sich quasi so ein paar Tipps für die Gaps kaufen könnte. Aber so ein kleines Video, wo gezeigt wird, also nicht, wie man da hinkommt, sondern einfach nur, was man machen muss. Also, dass man dann schon auch ein bisschen selbst mit nachdenken muss. Okay, so, Moment, wir müssen jetzt erstmal noch, äh, wo ist denn hier der BAM? Da ist BAM! What? Special Tricks, äh, One-Wheel-Fireworks-Show. Das ist, denke ich, mal ein Manual. Machen wir wieder auf oben und The Jackass machen wir links-rechtskreis. Flip-Kick-Dead. Wasch'n-Boneless ist, glaube ich, ähm, Lip-Trick, Lip-Trick, genau. Oben, unten. Und unten, oben. Okay, passt schon irgendwie. So, Play-Level. Und auch du gehst mit mir nach Alcatraz. Nach müssen wir noch die San Francisco Port-Challenges. Ich glaube, davon gibt's drei. Also mindestens zwei auf jeden Fall. Und einmal College machen. Ist das nicht wundervoll? So. Okay, Flip-Kick-Dead, okay. Okay, und was ist das jetzt hier? One-Wheel-Firework, bla. So, okay. Hier mal links-rechtskreis. Ups, ab in die Fresse. So, das hatten wir schon mal, ne? Ups. Okay, Flip-Kick. Ah, okay, da macht der Saltus und schmeißt sich auf das Board aus irgendwelchen Gründen. Nein! Ich find, der hat hier echt ne schreckliche Frisur, der Bam. Okay, das ist der Russian Boneless. Gut. Bestanden. Perfekt. Und das ist schon die Port-Challenge. Wie schön. Wie, wie schön. Ah, Tiba. Hallo. Ready to be a jackass? Ähm, Einkommenswagen-Slam. Ähm, ob es jetzt auf dem großen Bildschirm ist oder in seiner, ähm, ja, Heimwerkstatt CKY-Movies, ähm, Bam ist halt wirklich ein merkwürdiger Typ. Fettanzüge, ähm, Bäume zerschlagen oder von Häusern springen. Äh, oder mittelalterliches Quälen, keine Ahnung. Äh, das ist, das gehört alles zum Alltag von der verdrehten Arbeit von Bam. Welcome to the Shopping Cart Olympics. Now in five minutes, you gotta pass all three trials of Shopping Cart skiing. Okay. Ich hätt' natürlich lustig an. Don't bail. Kann ich hier so den machen? Perfekt. Come on, the first band. Nein.